Okay, wagen wir einen Sprung. Zack. Super Action-Geräusche. Action! Noch mehr Action! Action! Noch mehr Action! Action! Okay. Genial. Action 52. Okay, was ist das? Geil! Der muss jetzt irgendwie rankommen, damit ich die Erde regieren kann. Egal. Nein, Worte! Steinböcke. Die kann ja auch sehen wie Hunde. Eigentlich. Durchdrehen. Nicht durchdrehen. Nicht durchdrehen. Ja, in die Fresse, Mann. Die haue ich so viele Boden in die Fresse bis hier zur Hochzeit. Stirb. 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 Genial. Wieso haben die Bohnen hier... Äh! Nicht so Baumensch-Yeti. Ähm, keine Ahnung. Oh Gott. Stirb. Stirb. Danke. Dankeschön. Freund. Oh, jetzt geht das hier... Was? Nein! Anti-Wir, ich hasse dich. Nein! Warum tust du mir das an? So, wenn ich jetzt gerade einen anderen Punktzahl habe als letztes, äh, als eben gerade bei der anderen Aufnahme, liegt es daran, dass ich das Level nochmal neu spielen musste, weil... Irgendwas... Ähm, sag schon. Ich bin aus dem Programm rausgegangen, da kommt man nicht mehr rein. Und das ist ein Problem gewesen. Ärgerlich. Aber was müssen wir machen? Weiter geht's. Ähm, wow. So, wo sind wir hier? Immer noch Eisland, immer noch frostige Berge, alles ist arschkalt. Und ich höre mal dieses Hummel-Geräusch. Und es geht mir ziemlich auf den Sack. Ich werde diese Hummel gerne töten. Wo ist diese Hummel? Man weiß es mal wieder nicht. Wo ist meine Hummel? Wo ist sie denn? Stirbt. Genial. Wo, da, ist sie denn? Hier irgendwo. Ach, nein. Da muss ich irgendwie wieder hochkommen. Zack. Oh, puh. Nicht, dass ich hier nochmal den ganzen Weg normal laufen muss. Das wäre scheiße. Äh, äh, äh. Oh, nicht, wir haben Baum-Yetis, äh, Baum-Handschis. Oh, Gott. Oh, Gott. Hummel, da ist sie! Ich kann es ja nicht umbringen. Stirb. Oh, puh. Ach, ich habe vergessen zu sagen, ich werde die Erde regieren. Aber das ist ja eher so nebensächlich geworden. Äh, zack, zack. Tot, 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 tot. Oh. Da komme ich so hoch, wenn ich möchte. Aber ich lasse es jetzt mal. Stirb, stirb. Ja, nehm die Superpower, da wohnen. Die, alles. Äh, stelle mich da hoch wieder. Ich lasse mich hier noch nicht verarschen. Oh, Gott. Ha, 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 ha. Genial. Oh, Baum-Yetis. Verhaufe mir der Scheiße. Oh, nein. Jemand skypt mich an. Warum? Wieso machen die Leute das eigentlich? Einmal vergesse ich mich hier auf Beschäftig zu stellen. Und dann kommt er mit meinem Abi, meinem Abi. Und Ziegen. Und Ziegen. Stirb. Aber habe ich mich nicht auf Beschäftig gemacht? Ich weiß es nicht. Nein! Warum? Okay. Oh, zum Glück kann dieses Viecher immer genauso hoch springen. Fast sogar noch ein bisschen mehr, als es runterfällt. Das macht das Spiel echt cool. So, noch mehr Bohnenviecher, die sterben wollen. Und einmal drei Juwelen. 587 schon. Wow. Ah, gut. So, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Genial. Nein. 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 Stirb. Danke. Oh, puh. Wo sind denn meine kleinen Kollegen hier? Da sind mich mal meine kleinen Kollegen. Deine Kollegen. Wo ist denn das Ziel hin? Wo? Yeti! Hör auf mich zu töten! Stirb! Oh, puh. Hör auf mich zu töten. Stirb. Sprecht es alle nach. Hört auf mich zu töten. Stirb. Wo ist da die Gerechtigkeit in diesem Satz? Egal. Wow. Das war nicht rutschfest. Oing. Oh. Kommt doch bitte mal her noch. Wie jung. Zack. Das ist nicht witzig. Wieso habe ich eigentlich schon wieder den ganzen Tag verpennt? Ich schreibe erst. Oh. Die müssen immer so abspacken, wenn die runterfallen. Ich schreibe erst noch genau an diesem Morgen etwas vom Wegen. Oh. Wir nehmen heute später auf. Und dann auf einmal verpenne ich den ganzen Tag. Ist richtig. Oh. Ist das herrlich. Ich liebe es. Meine Kugel folgt mir auf Schritt und Tritt. Stirb. Ja. Und jetzt ist sie da. Yeti. Lass mich in Ruhe. Yeti. Mann. Oder vielleicht ist es ein Pinguin. Man weiß es nicht. Nein. Die soll ich mir jetzt hier. Oh. Was ist das? Ich werde die Erde regieren, Mann. Verdammt. Erde. Regierungspower der Macht, die uns alle töten wird. Wow. Die Ziegel dreht einfach so durch. Nein. Kann ich nicht zulassen. Alter. Das hasse ich jetzt nicht mehr. Und zack. Wow. Wieso guckt eigentlich Glace auf einmal so böse? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der guckt richtig böse jetzt. Der ist richtig so. Oh. Ich bin der Held hier. Deswegen muss ich nur im Bart wachsen. Das wäre cool. Also ich bin erwachsen geworden. Oh. Viele Juwelen. Nicht schlecht. Das ist ja ein tolles Lockmittel. Soll ich mich das locken? Achso. Zu den Ziegen. Nein. 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 Das hole ich mir. Das habt ihr, glaube ich, gesehen, oder? Sehr gut. Aber von wo aus mache ich das? Von hier aus? Klappt das überhaupt? Wir werden es rausfinden. Zack. 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 Das ist richtig scheiße knapp. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Verdammt. Es hat funktioniert. Genial. Juwelen. Ja, Regierung. Wow. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Wieso gay? Ich weiß es nicht. Einfach in die Richtung laufen und hoffen, dass irgendwas Tolles passiert. Außer diesen blöden Schafdingens, was schon die ganze Zeit da rumhockt. Aber wir werden es ja auch einfach umbringen. Oh. Oh, oh. Das sieht gut aus. Also so langsam kommt das Spiel ja richtig in Fahrt. Es ist ja so, dass wenn Bäume irgendwie aus dem Boden wachsen, dass die auch wachsen müssen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Man braucht hier den Supersprung. Kann das sein? Super-Extreme-Jump-Power. Boom. Juhu. Wow. Da ist schon wieder... Überall diese verrückten Psycho-Ziegen. Ich finde das nicht mehr witzig. Wow. Nicht so schnell laufen. Eieieiei. Sieber. Sieber? Sieber? Ich hätte ja eigentlich schon die neue Zahl recht. Ich habe mit meinen Kollegen überlegt, was wäre, wenn wir statt 10 Zahlen 11 einstellige Zahlen hätten. Also ich meine 10 einstellige Zahlen in dem Fall. 10 einstellige Zahlen. Also 1, 2, 3, Drecht, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drecht wäre doch eine richtig tolle Zahl. Ich glaube nicht. Nicht wirklich. Aber es ist ein interessanter Gedanke, was man dann alles so umstellen müsste. Man müsste wahrscheinlich ganze... Man müsste Mathe, glaube ich, ganz neu erfinden. Ich will ran. Erde regieren. Super-Extreme-Regierungs-Power des Todes. Ihr werdet sterben. Super-Power. Ihr könnt nicht mehr leben. Ihr könnt nicht mehr leben. Ich habe es mir viel mehr verdient. Wow. Ausgetrickst. Genial. Und noch ein Juwelen. Und noch mehr Ziegen. Oh, als Baumschmuck so ein Juwel dahin rangeklatscht. Njong, stirbt Baum-Menschis. Euer Leben ist wertlos. Au, au. Nicht mehr werfen. Hört auf zu werfen. Verrückte Psychos, ey. Oh. 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 Erdregieren. Nein. Oh. Nochmal springen. Oh. Hallo, mein Freund. Wow. Stirb, Mann. Stirb doch endlich. Ja. Geil. Gestorben. Und Pinguin. Pinguin. Sei nicht so traurig. Ah. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, man muss... Man muss das Kind finden, wenn ich mich recht erinnere. Von dem Pinguin. Aber erstmal bringe ich dich hier mal kurz um. Du gehst mir auf die Nerven. Und da kriegt man, glaube ich, irgendwie Kekse oder keine Ahnung. Irgendwas kriegt man. Da. Wieso ist da eigentlich eine Wolke im Hintergrund? Einfach so eine Wolke hingeklatscht. Pinguin, ich werde dein Kind finden. Wow. 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 Okay. Alles ist gut. Aua. Jetzt werde ich gemobbt. Gib mir das, Pinguin Baby. Bringt es mir. Nein. Er will mich hier umbringen. Ja, nimm das. Möbi. Alle machen einfach den Offline- und Online-Gehen. Jetzt fehlt es nur, dass mich gleich irgendjemand anruft. Das wäre das Beste sowieso. Äh, das ist das. Pinguin. Ja, Erde regieren. Erde regieren mit dem Pinguin des Todes. Ja, stirb du Ziegenviech. Erde regieren. Wow. Pinguin. Komm mit. Wir müssen da lang. Falls du den Weg nicht kennst, Pinguin. Ja, ich bin Pinguin. Ich hüpfe da oben rum. Warte, 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 warte. Ja, da ist deine Mutter, Mann. Mö, mö, mö. Er regieren, 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 er regieren. Er regiert. Okay. Das war sehr krank. Boing. Ich bin nicht im richtigen Spiel. Okay. Boing. 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 Nein, ich zurücksprich. Bleib doch mal auf deiner Seite. Oh, Pinguine. Ich meine Ziegen. Ja. Wow. Oh, wie geht er denn? Also, das waren eben definitiv Pinguine, also können das andere nicht Yeti sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sie auch nur normale Viecher hier reintun. Bis jetzt alles so krank. Ja, die Pinguine sind die einzigsten normalen Monster, die ich bis jetzt hier gesehen habe. Das sind ja noch nicht mal Monster. Wow. Ach, kommt. Ich bin einfach das... Ja, genau. Damit gehe ich mich auch zufrieden. Oh, ist dieses Frostlevel ziemlich lang. Okay. Wo ist denn... Weil... Weil Murby. Einfach so Murby. Das ist nicht witzig. Ah. Lass mich da ran. Ah. Äh. Okay. Äh. Ich liebe dieses Geräusch aus einem wegen Gründen. Ich weiß auch nicht warum. Wo? Oh. Ich sehe etwas. Ich muss da rankommen. Ich muss da ran. Ja, Erde regieren. Erde. Tote Erde. Die Regierungsmauer. Wird immer. Wird alle töten. Yeah. Oh. Ich sehe einen Ausweg. Ähm. Ich sehe einen Weg. Zack. Bitte. Ich will den Weg nehmen. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Wir haben... Das Level abgeschlossen. Ich sehe euch dann nächstes Mal bei Stage 2 aus der Frosty Stage. Äh. 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 s Mal. Ähm. Äh. Äh. Äh.